Herzlich Willkommen zu Feed the Snow, äh Kassel, grüßt euch. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich Feed the Snow folgen mache und das werde ich jetzt auch tun. So. What's the matter, where is everyone? So, ich bin nicht der größte Englisch Könner, das wisst ihr ja. Aber, ähm, so wie ich das verstehe, sagt er wahrscheinlich. Wo sind, was ist hier los, wo sind die anderen? Hey, is everyone alright? Er fragt mich, ob ich in Ordnung bin. So, hoffe ich jetzt mal, dass ich das richtig übersetze. It isn't safe to talk here, but my house survival... Ah, es ist nicht sicher hier, wir sollen in sein Haus gehen zum Reden. Mit, mit, I tell you what happened. Okay. Soll er mit ihm reden? Was mir irgendwie auf dem Herzen liegt oder was auch immer. Ach, der Old Man. Ja, ich muss mit dem alten Mann reden. Ups. Farm if I never seen. It's so quiet in here. Ja. Ja, die Farm ist down. Ähm. Der alte Mann. Wir sind hier, wir müssen da drüben hoch. Gut. Die Karte ist auch noch relativ noch gar nicht so groß aufgeschalten. Ach, da ist das Haus von ihm. The only house is survive, I'm this way. Okay. Das ist das einzige Haus, wo man überleben kann momentan. Hm, die Tür lieber zu. So. So. So what did you want to tell me? So, was ist um... Erzähl mir, dann quasi. Ruf ich mal, ich tue das richtig übersetzen. I all came, I warned everyone. The day were coming black desert. Kreaturs of the night. I had, I had seen too before. Also dunkle Kreaturen in der Nacht kommen und ich aufpassen soll. But nobody listened. They called me. Old, they called me crazy. Then it happened. I walked to a terrifying sound. The walls. Mhm. Trimble it and everything came crashing down. Ich hab dem die andere Wand geklopft die ganze Zeit bei ihm und ähm. So irgendwas. Hoffe ich mal. Habe ich es richtig. Ähm. Ja. Let me cast the Kreaturs. Lass mich die Kreaturen sehen. Oder bekämpfen, glaube ich. Black as a suit like nothing. You will seen with a eyes that cold. Perseus' soul. Ach so, das soll ich es ja beschreiben. Glaub ich ist es das Richtige. Sie sind dunkel. Sie haben, sie lieben die Nacht. Und die, äh, die Augen sind kalt. Und seelenlos, glaube ich irgendwie. The citizens had dreamed and about them. Their sleep, but their dream was reality. Reality. Er hat sie, glaube ich, im Traum gesehen, wenn ich das richtig verstehe. Ähm. Aber der Traum ist real geworden. Nightmares as they were all colored lately. Okay. Okay. In der Nacht kommen sie und reden oder was. I have learned one thing and you must listen. Er hat eine Sache gelernt und ich muss nicht zuhören. You must prepare of the night that when they come it in safe. Also ich soll aufpassen. In der Nacht soll ich mich auf jeden Fall schützen. So. Erstmal. Wir zumachen wieder. Wir kennen ja das von meinem Stream. Ich habe ja das auch schon mal gestreamt. So. Clear Bandlist. Nein, 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 keine Bandliste. Sondern wir brauchen das in... Wo haben wir denn jetzt? Ach ja, wir müssen ja hier rechts. Toll, meine Damen. Ja. Wir machen einfach uns wieder im Haus, wie immer. Ähm. Erstmal will ich mal gucken, das Stöckchen machen will ich. Damit wir uns wenigstens mal verteidigen können. So, dass wir erstmal die Zweige finden. Gibt's ja jetzt zu Genüge. Das kann ich nicht aufheben, aber hier drüben. Ja. Nächster. Nein, nicht Bandliste. So. Bin ich jetzt blöd? Was mache ich jetzt da? So. It's a good mistake. Können wir uns machen. Das Schwert können wir uns jetzt noch gar nicht machen. Ne, das was wir später lernen. So, jetzt kommt die Nacht. Hm. Wir müssen uns das Schwert ausrüsten, also das Stöckchen ausrüsten. So. Wir müssen gucken, dass wir schnell wieder zum alten Mann kommen. Ins Haus. Jetzt kommen dann gleich die... Mh. Bösen Wesen. Oh. Nein. Ich drücke immer die falsche Taste im Moment. So. War da was drin? Nein. Okay. Steht ja, wir müssen die Rezepte finden. Können wir hier also quasi unseren Port-Punkt machen? Und dann mal schauen. Ach. Entschuldigung, die falsche Taste. So. Das können wir ja eigentlich essen, oder? Jawohl. Das geht ja auch. Und mit Holz können wir dann dort anfeuern. Haben wir aber jetzt noch nicht. Moment. Und wir sind hier links. Damit dann Zeug, wenn unser Schneemann dick und kugelund ist, dann sind wir gut. Satt. Und wenn der natürlich immer mehr dünner wird, dann verhungern. Man sieht es an der Zahn und man sieht es an einem Schneemännchen hier. Hier sehen wir unsere Temperatur, wie es uns geht, so. Ob es uns auch gut geht oder nicht. Ich weiß, was ich jetzt tue. Ich tue jetzt was Verrücktes. Ich müsste schon die Kisten hier durchsuchen. Ah. Ah. Der Tank. Yoppa. So. Hm. Ging schon wieder das an. Ach, mit Kuh. Ja, genau. Ging das zurückspringen. Boah, die Nächte, die sind echt immer lang. Die mag ich überhaupt nicht. Gut. Gewisse Dinge können wir ja auch wieder nur an der Werkbank erarbeiten. Das heißt, wenn wir in unser... Ach ja, in unser Menü hier gehen, können wir gewisse Dinge hier nur an Werkbank arbeiten. Was gibt es hier alles noch? Ja, das habe ich noch gar nicht erlernt. Wo können wir denn momentan anders hin? Da ist das Fragezeichen und da ist das Fragezeichen. Ich würde sagen... Ah, jetzt kommt die richtige Nacht. Da bleiben wir jetzt drin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder nach unten. Vielleicht kommen die dunklen Wesen. Wenn sie überhaupt rauskommen. Bis zum nächsten Mal. Na komm schon Ich hasse es immer, die Nächte abzuwarten Das ist so ein bisschen ein Manko, was ich finde an dem Spiel Die Langeweile hat mich rausgetrieben Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen Oh, da kommt er Na, wir kriegen ihn down Oh, tschüss Und wir haben was gekriegt Mach mal Uh, wer ist der Nächste? Die haben immer noch Weihnachtsmützen, lol Der wird etwas Besonderes dabei haben War ein Geschenk Ich dachte, das wäre jetzt weg Oh, nicht schon wieder nochmal einer Das gibt es doch nicht Ja, jetzt hat er mich einmal erwischt Und tschüss Ich glaube, ich gehe mal schnell zum alten Ah, jetzt ist er weg So, ähm, wir wollten ja noch erzählen, lerne die Sachen Okay, der alte Mann sollte wissen, wo die Hexe ist Ich soll mit der Hexe reden Ja, jetzt kann ich das Schwert herstellen Aber ich müsste erstmal eine Axt basteln Was brauche ich für die Axt? Ein Steinchen und die drei Okay Drei Zweige und Steine So, da ist ein kleiner Stein, glaube ich Nochmal ein Zweig Das heißt, wir müssen die Hexe finden Müssen wir mal gucken Ah Das heißt, wir bräuchten uns jetzt nur ein Stückchen herstellen Weil wir hier schon Holz rumliegen hatten So, haben wir Ups, haben wir genug Stöckchen Drei haben wir Ja Da können wir noch ein Geschenk öffnen Ein Cookie Nice Damit können wir unsere Energie wieder aufladen So, jetzt, äh, jetzt müssen wir hier an der Werkbank Und dann können wir das Schwert herstellen Aber erstmal müssen wir ein Stückchen herstellen Erstmal das hier Ah, jetzt fehlt natürlich das für das Schwert, ne Nein Hammer Gut, das Schwert ist hergestellt Dann nehmen wir doch jetzt lieber das Schwert, weil das mehr verträgt Und auch stärker ist Rüstung müssen wir uns dann auch mal noch basteln Können wir das schon? Ne, können wir noch nicht, alles klar Werden wir uns jetzt hier aber mal noch schnell Und noch schnell ein paar Viecher töten Also das können wir uns jetzt ja auch noch, wie wir sehen Äh, ach ne Das Inventar Können wir uns ja neue Sachen Ah, ein Schild Wie man sieht Können wir uns neue Sachen finden Was uns sehr nützlich wird sein So, schauen wir mal, was wir als nächstes erlernt haben Hm Fürs Haus was Ach, Alchemie Haben wir erlernt Ein Alchemie-Tisch Können wir später nutzen So Noch ein paar Holzstämme Ach, wieso weiche ich denn aus? Gut, die ersten Vorbereitungen haben wir getroffen Wir gehen mal zu unserem alten Freund Ich möchte ungenäher in der nächsten Folge starten Ähm Also auf dem offenen Gelände Was passieren könnte So Meine lieben Freunde Das war die erste Folge von Feed the Snow Tut mir leid, dass wir nicht so viel machen konnten Aber die Nacht müssen wir echt immer abwarten Das ist schon sehr, sehr wichtig Weil sonst Ja, ihr seht ja Es kommen wirklich sehr, sehr viele dunkle Wesen Wir sehen uns in der nächsten Folge Feed the Snow wieder Ich wünsche euch alles Gute Und Viel Spaß euch noch Vergesst mir bitte nicht ein Like und ein Abo da zu lassen Das würde mich sehr freuen Macht's gut, ihr Lieben Bye, bye